Hallo zusammen und willkommen. Strahlende, zart und geschmeidige Haut gilt weltweit als Schönheitsideal. Mit einem Blick ins Gesicht bilden wir uns in der Regel den ersten Eindruck von unserem Gegenüber. Neben Gestik und Mimik achten wir dabei hauptsächlich auf ein geschmackvolles Äußeres. Schicke Kleidung, eine modische Frisur und gepflegte Fingernägel lassen uns in der Öffentlichkeit attraktiv aussehen. Wer möchte nicht eine unverwechselbare Wirkung auf seine Mitmenschen ausüben und in positiver Erinnerung bleiben? Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Mit zunehmendem Alter fehlert deine Haut an Spannkraft und Elastizität. Vor allem am Hals und im Gesicht tritt ein hohes Maß an Verhaltenbildung auf. Aber gerade da wünschen wir uns immer während Jugend. Neben dem natürlichen Alterungsprozess lassen auch äußere Umweltfaktoren, beispielsweise Smog und starke Sonneneinwirkung, die Haut schneller altern. Zusätzlich begünstigen regelmäßiger Stress, Alkohol, Nikotin, Schlafmangel und eine vitaminarme Ernährung die Verhaltenbildung. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, diesem Prozess entgegenzuwirken. Eine kostengünstigere Variante zur medizinischen Faltenbehandlung mit Facelifting oder Botox-Spritzen sind Gesichtsmasken auf der Grundlage von natürlichen Zutaten. Die handelsüblichen Inhaltsstoffe gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt und sie lassen sich leicht zu einer milden Lotion verarbeiten. Nimm hierfür einen Esslöffel Apfelessig, ein Eigelb und das in einer Vitamin-E-Kapsel enthaltene Öl. Verrühre alle Bestandteile so lange miteinander, bis eine cremige Textur entsteht. Anschließend verteilst Du die Salbe mit einem Wattepad auf Gesicht und Hals. Massiere mit sanften Aufwärtsbewegungen die eingecremten Bereiche, bis alles gut eingezogen ist. Entspanne Dich während der Einwirkzeit von 20 Minuten beispielsweise bei einem packenden Buch oder einer interessanten Zeitschrift. Danach spüle alles mit handwarmen Wasser gründlich wieder ab. Du spürst sofort das belebende Gefühl auf Deine Haut. Wende die Rezeptur dreimal in der Woche vor dem Schlafengehen an. Zu diesem Zeitpunkt beruhigt sich Deine Haut für mehrere Stunden und wird nicht von negativen Reizen belastet. Die Bestandteile der Creme können sich voll entfalten und ihre Wirkung freigeben. Eigelb enthält viel Vitamin A, Mineralstoff und Spurenelemente. Es sorgt für feinere Poren und mildert erwiesenermaßen Falten. Die im Apfelessig enthaltenen Fruchtsäuren haben einen straffenden Effekt. Zusätzlich ist es ratsam täglich ungefähr 2 Liter Wasser zu trinken. So wird die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Denn Wasser ist der Grundbaustein für gesunde Hautzellen. Es trägt zur Vitalität und Geschmeidigkeit bei. Achte weiterhin auf eine gesunde Ernährung. Orangen oder Great Foods enthalten viel Vitamin C, das schützt Deine Haut vor Zellschäden und strafft zudem Dein Bindegewebe. Die Haut wird von innen gestärkt und wirkt dadurch lebendiger. Lass Deinen Töngen in ganz neuem Glanz erstrahlen und genieße ein belebendes Selbstwertgefühl. Freue Dich morgens auf den Blick in den Spiegel. Gönne Dir täglich Deine persönlichen Auszeiten für Deine Schönheitspflege. Es ist nicht schwer, Deine Haut auch im zunehmenden Alter noch prall und gesund aussehen zu lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.